Sportwetten Pferde wetten 6.6.2020 Gewinn 5541 Euro Düsseldorf Autor deseltsamec Kenzi YouTube Düsseldorf war heute die Rennen ab dem 5. Rennen laufen ja noch ein besonders gewinnträchtiger und ertragreicher Tag. Mit 4x4x4 also 256 einsetzen konnten 5541 Euro netto gewonnen werden, das kann sich sehen lassen. Pferderennen Düsseldorf 6.6.2020 Rennen 1 Milieu Soix 2,30 Euro 2,30 Euro Rezkei Gerdona Düsseldorf 6.6.2020 Rennen 2 Sosonp Innuendo Gilbert Hohenfauer 41,80 Euro 96,14 Euro Düsseldorf 6.6.2020 Rennen 3 Lady of New York Nasrani New Harzburg 1,80 Euro 173,05 Euro Düsseldorf 6.6.2020 Rennen 4 Ice on Fire Sie auf Marendo 33,50 Euro 5.797 Euro 24 Trifone Adorian 5.797 Euro 24 Einsatz 4x4x4x4 gleich 256x-256 Euro 5.541 Euro 24 5.797 Euro 25,00 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 Euro Vielen Dank.